Im Endeffekt kann ich jetzt nur sagen, das war's. Jetzt kommt nichts mehr. Bonjour mes amis und willkommen zu Let's Play Minecraft Artcore Season. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Oh, contraire, das hast du vorhin gemacht. Oh, Baguette. Baguette, fromage? Ja. Baguette? And much fromage. Und jetzt, um zu machen, um zu machen. Und jetzt, um zu machen, um zu machen, um zu machen. Ja. Ich bin zu machen, ich bin zu machen. Ja, ich bin zu machen, ich bin zu machen. Ja, ich bin zu machen, ich bin zu machen. Ja, ich bin zu machen, ich bin zu machen. Das kann ja jeder. Boah, Philipp, komm mal, hast du ja schon zu fremd aus, oder was? Ich hab hinter uns nicht mehr gehört. Oh, sch... Das ist doch... Willst du mich total verarschen, oder was? Das ist ja nicht mehr normal mit dir. Hier, hier rein, oder was? Ja, genau. Hier hat's runter, so wie ich das auf der anderen Seite mit den Kisten gemacht hast. Jetzt darfst du so. Ich. Ja, ich hab's halt gemacht. Ja, ich. Sehr gute Arbeit. Sehr gut, weitermachen. Warte, 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 warte. Ich bin dabei. Ich hab doch gar keine Bombe. Ich hab keine Bombe. Ich hab keine Bombe. Also A ist frei, ne? Wie geil. Was machst du? Ah! Ah! Scheiße! Wir sind tot. Was war denn das für eine Aktion? Was sagt denn unser Twitter-Vogel? Hup, hup! Busse sind unterwegs. Ich würde gerne den Bus zur Arbeit nehmen. City is in motion. Was hast du denn für Abkürze probiert? Direkt hier gegenüber, auf das Schweine-Ding da. Ja, das hab ich noch nicht probiert. Wie hast denn das gemacht? Moment, da drüben ist der Ausgang nicht. Moment, da fährt der! Ja, hup mal! Der fährt. Der Zug, der hat mich fast umgefahren. Ach so. Kann ich da drauf springen? Oh! Nein, da stirbt man. Der hat ja auch so billig gefangen. So billig war die Wand nicht. Die hab ich selber eingebaut. Hier nicht. Ja, warte mal. Die ist isoliert und alles. Hä? Die Übertragung kommt vom Fußboden, vom Decke, weil die Wand an der Decke hängt. Ja, die Wand hängt an der Decke! Die darf, was hier nicht am Fußboden bohren. Dude, du Mistkrage! Keiner nebenbeschößen. Nein! Ich hab grad im Finan-Visier. Das gibt's doch gar nicht! Ah, da steht das drüben? Scheiße! Scheiße! auf meinem netz da ist ein stück schokolade geschmolzen sehe ich gerade ach du scheiße das ist das ist das ist das gesehen ganze zeit schießen wenn er kommt dreht man sich um es ist das ist eine eipistole das von zeugen wir haben doch alles hier gesehen ja nicht abschießen du schäfst mein fuhrzeug so bewusst das geht doch gar nicht kaputt ja ich bin ja in eudenburg ich bin in montreal warte 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 pass auf was warte pass auf warte 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 gib eine sekunde uwe siehst du mich hallo muss mich anschießen hallo wisst du was ich kann nicht mehr du hast mein höhenruder kaputt gemacht ich kann nicht mehr nach unten fliegen ja was denn du wirst du wirst dich aufnehmen schnell auf ich hab gesagt ich kann das nicht so schnell ich kann das nicht so schnell ja rein was wir sind ich ja da war schon das wort ich was weiß denn das ja ok machen wir machen das einfach mal wir machen das für mit dir ausgefährt Daniel hallo herzlichen kunst und neun für die letzten bilden gestern war fahrenda mit doch können wir kriegst du die spiele nennen wir es noch noch so wumms dingsbumen da ist eh was da drinne haa nein mag schon oh ne oder sind dir deine diamanten in der lava gefallen ich hab 27 erde runterfüllen lassen die müsste ich den ganzen tag wieder runterspringen oh das fährt sehr langsam beschleunigt sehr langsam oh fuck oh fuck what the fuck du hast mich gekillt hallo wie du tust mich mal wieder beleben anstatt dort rein zu rennen da hat jemand auf uns geschossen ich fahr das ach sag das doch ich bin jetzt verlaut irgendwann kann der nicht mehr fahren weil er tanken muss und dann geht er hier tanken also es wäre schön gewesen wenn er da tanken hätte gehen können nein 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 das war nur eine kleine kost der letzten sechs jahre ist schwer sechs jahre in drei minuten zu fassen ich danke allen die auf diesen kanal mit waren mit mir für euch den content gemacht haben und das war es jetzt wir sehen uns irgendwo anders hier auf dieser plattform youtube oder internet irgendwo viel spaß noch auf wiedersehen kennt ja eine fackel ich setze die jetzt mal hier hin und diese fackel die kann man abbauen so und wenn man das jetzt nochmal hinsetzt kann man die nochmal abbauen wenn man das jetzt ganz schnell macht also quasi gleichzeitig setzen und abreißen das heißt linke und rechte maustaste gleichzeitig dann passiert das rücksetzen und das nennt man ein fackelspiel oder auch fackelfeuerwerk ja 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 ja